Inno-Damage-Multiplyer 1,2 und Player-Multiplyer 0,8 Ich würd's halt auf normal machen Also beides auf 1 Ich bin halt davon ausgegangen, wie übel es gestern war Wir waren auch nur 6 Mann und wir sind ja durch die Butter durchgegangen Ja klar, aber überlegt mal, wie es jetzt ist Es ist ein Versuch, ich konnt's schlecht heute Morgen ausprobieren mit, wie wird es aussehen, wenn ich zu fünft wäre Ich bin zwar ein bisschen schizophren, aber noch nicht fünft Ne, das... Gut, wir können unseren Damage auf 1 lassen, Dinos würde ich schon ein bisschen stärker machen Und stellen unseren auf 1 Unseren auf 1 und die Dinos auf 1,2 So Man muss auch mal so sehen, wir haben uns schon eingeschränkt durch die Waffen und ruhig... Ähm... Das stimmt auch wieder Die Seelen Ja Komm, dann probieren wir einfach jetzt, probieren wir die Runde mal mit 1,1 Und falls wir irgendwann mal nochmal ne Runde machen, können wir ja drauf spielen nochmal Genau Äh... Ich restarde eben, ne? Mhm Ich bin immer noch nicht im Hauptmenü, ich hab wieder den gleichen Bug wie gestern mit dem eingefrorenen Bild, ne? Hm Das ist natürlich doof Ja, das heißt, ich bin für die nächsten 20 bis 30 Minuten raus Ach, das kriegst du schneller hin, ich vertraue auf dich Ja, Shooter Game inaktiv im Task Manager Ah, es gibt halt zwischendurch echt so ein paar Wellen, die sind halt echt übel So? Die Frösche sind halt übel und die Prokopto-Konche übel Und Samunas hatte Angst vor den Hirschen Die Hörscher sind auch halt relativ übel, weil die auch so schnell sind Das sind eigentlich die gefährlichsten Wellen, die Viecher mit schnellen Gegnern Und der Büllungsschaden Der hat mich ja gestern auch schon fast getötet Hm, warte jetzt mal ab Ja Obwohl, er ist ja wieder auf 1,1 runtergeschaltet Und so, dann immer noch gleiche Regeln ohne die Tiere nebendran Los Mhm Jetzt muss nur noch der Server wieder kommen, dass ich joinen kann Weil es dauert bei mir halt ewig wieder Ja, die GameData die Lade schon vor, auch wenn das Spiel gestartet hat Ja gut, du musst im Singleplayer stoppen Sonst ladet's nicht vor Ja und Singleplayer starten bringt mir auch nix, weil ich danach eh wieder die Lade nochmal dazu hab vom normalen Server Ja, da müsste gleich wieder da sein Ob ich jetzt auf den Server warte oder dann nochmal den Server laden muss, kommt doch gleich hinaus Ja, das könnte ich auch sagen Ist ja kein Problem, können ja alles nachziehen Ich mach's wie mit Tobi, nimmst dann einfach den Cheat-Befehl und gibst dann die Erfahrung, wie wir sie haben Und dann bist du quasi als ob du mitgemacht hättest Ich kenn den Cheat-Befehl halt nicht, ne? Ja, das ist das geringste Problem Ich muss euch ja mal rein Na, das ist das Ja, ja Stopp, dann kann ich noch mal ein bisschen Pokémon leveln, weil ich schaff die Top 4 nicht, meine Pokémon sind nicht hoch genug gelevelt. Ach, hast du gleich diesen Save gern mitgelöscht, Tobi? Ja, hab alles gleich mitgelöscht. Das heißt doch dann aber auch, dass das Loch im Käfig nicht mehr da ist, oder? Ja, das kann ich aber gleich reinmachen. Das ist das kleinere Problem. Alter, bei Pokémon Hartgold mit wilden Pokémon zu leveln ist das Schlimmste auf der Welt, ne? Ähm, soll ich mal schon mal joinen, oder? Ja, ja. Ich bin gejoint. Ja, ich auch. Na ja, schon mal wieder oben. Oh, gleich mal die ganzen Leute hier einladen. War was? Ja, ich hab dich eingeladen. Ich hab euch alle eingeladen. Ähm, ist was passiert? Ich hab dich übrigens Monsterhunter. So, die erste Stunde können wir jetzt wieder rausschneiden. Nichts passiert. Äh, glaub doch nur du. So sieht aus wie vorher. Ja, passt. Ich hab noch gar keine Zeit gesehen. Ah, 0, 0, passt. Dass das bei euch so schnell geht. Äh, wenn's vorgeladen ist, geht's ja relativ schnell. Ihr wisst, dass ich euch grad dafür hasse, ne? Warum das? Für was denn? Was können... Was können wir jetzt dafür, wenn bei dir das Arg abgeschmiert ist? Okay, ich hasse Arg. Genau. Das find ich jetzt viel besser. Du hast Arg. Du hast nicht uns, du hast Arg. Ja, euch hab ich ja eigentlich lieb. Eigentlich. Eigentlich, genau. Das gefällt mir schon besser. So, irgendjemand ist in die Nähe gegangen. Die Welt fängt an. Na ja, wenn ich hau'n war auf den Button zum Resetten. Dann alle lassen. Ja, das Problem ist, äh, dann verschwindet die Welle trotzdem nicht. Die Welle ist schon noch gar nicht da, oder? Sagt ihr doch Fiddle Bescheid? Leute? Ja? Was? Sagt jemand Fiddle Bescheid? Gut, wir müssen sagen, die Einstellung gerade eben war ja für 10 Spiele ausgelegt, ne? Ja. Ich hab'n Phil mal angestupft. Hab'n ich auch. Ich habe euch gehört. Oh, weil ich direkt von zwei Seiten hier angestupst. Aua. So, äh, es geht weiter. Ja, also, äh, zur Info, Phil, ich bin erstmal raus. Du bist erstmal raus. Wie komm? Reimer darfst du raten, was abgeschmiert ist. Arg! Ja. Gut, ähm, zur Erklärung, Cookie braucht ne Stunde zum Eindocken. Bis dann sind wir wahrscheinlich fertig. Das ist mein Primal Game Data. So, da logge ich ein, dann machen wir mal den Pause im Bildschirm aus, hauen arg wieder rein. Äh, jetzt verstehe ich mir gleich die ganzen Zaun Einstellungen, weil ich alles daneben habe. So, jetzt haben wir auch wieder Bild. Dann laden wir mal unseren schönen Charakter, Bob, ne, Subis, wenn schon richtig. So, da haben wir auch einen schönen Treibnamen. Eben hießen wir Monster Hunters. Jetzt heißt es mal rammdösig. Nein. Nö. Verdammt. Oder das passt. Ja, oder? Das passt. Wo seid ihr Spezies denn? Äh, im Ring. Ja, achso. Gut, ich stehe noch draußen, ich bin gerade gespawrt. Äh, ich hab euch übrigens allen Admin gegeben, das heißt jeder kann Phil und Cookie einladen. Reuen wir das denn? Ey. Vergiss dich, es ist PvP an, ne? Rocky. Ja, vergiss es dich schon, ne? Stimmt, wir könnten jetzt zuvört auf, äh, Phil losgehen. Da ist er, los! Das ist Idee. Erstecht ihn. Attacke. Aha. Genug. Gleich, gleich sind alle Sperre kaputt. Ja. Wahrscheinlich genau deswegen. Äh, könntet ihr mich mal einladen? Ja, ladet mal ein, bevor er hier, damit er seinen Gottmut ausmachen kann. Genau. So. Äh, wer hat mich denn hier eingeladen? So. Ich. Alle grün? Sehr schön, da kann ich mein Gottmut wieder ausmachen. Den hab ich noch umgeboxt überhaupt. Aber dann sah man das. Das war ich. Perfekt. Einmal mit Profis, ne? So, nach einer Stunde sind wir wieder genauso weit wie vorher. Aber das kennt man ja. Aber anderthalb Stunden. Ach, ist halb so wild. Ich hab mal ein bisschen gequatscht, war auch schön. Oh, wir hatten auf jeden Fall Spaß. Also nicht level Pokémon. Wer startet denn die Wave? Soll ich drummüschlagen? Ja. Hau dem Ding an nur von Mütze. Und was waren wir da oben auf Hunderter? Ja. So, jetzt hat's nicht resendet, jetzt kommt da irgendwas Großes. Hört die anderen auch so leise. Das kann durchaus sein, dass ihr die gar nicht hört. Ich hab euch gemutet. Knallhart. Einfach mal nicht gegen so rum. Ja. Ja, also der Phil redet mit sich selbst. Der ist nämlich jetzt gerade erst wieder in den Channel reingekommen. Ja, geil. Ach, das ist viel zu lame. Nein, ich war ja im Channel. Ich hab euch einfach nur via OBS voll knallhart weggemutet. Nein, nein, nein. Der Phil hat mit sich selbst geredet. Das kommt auch noch dazu. Das mach ich ja öfters. Die anderen sind kaum hörbar. Ist ja schön. Einfach mit Profis. Ja, das funktioniert mit dir nicht. Das mit den Profis hat man doch schon mal, Phil. Was ist das? Sobald Phil dabei ist, ist es vorbei. Ja, genau. Dann ist immer falsch aus, aber mit Phil. So. Die anderen werden lauter drehen. Soll ich sie ganz hoch regeln? So. Vielleicht schreibe ich mal deine Leute an oder wie. Was? Ja, gleich schreit ihr die an, dann hört man mich nicht mehr. Ist auch gut. So, ich mach jetzt mal parallel noch den Chat von Phil auf. Dann kann ich mitlesen wenigstens. Und seh, was ihr macht. Ja, also ich muss mal sagen, wir tun das, was unser Treibname uns vorgibt. Wie heißt ihr überhaupt? Irgendjemand muss jetzt kochen. Irgendjemand muss jetzt kochen. Irgendjemand laufschleben. Ich hole mir Wasser. Ich hole mir einfach nur Wasser. Mensch Cookie, was soll man nur ohne dich machen? Kann ja jeder sagen. Genau, wer kocht uns denn dann was? Ich höre schon die Feministin hier aufschreien. Ich würde sagen, wir schlagen gleich nochmal die Trommel. Kommt alle zurück. Die Dur-Dur-Dur-Schatz-Maus-Ohne-Essen. Hey, was willst du denn für eine Attacke lernen? Hä? Hä? Ich bin die Horror-Drachentanz. Äh. Jusavos. Sind alle da? Nein. Ja. Ich bin da. Nee. Ja, wo? Ja, vergess mal das. Also, ich schlag mal die Glocke. Hab ich nicht... ...all gebaut? Hm? Donos! Donos! Sehr schön. Äh, Phil, warum versteckt sich der oben? Warum nicht? Ich hab 5 Dodo's nur, ist ja langweilig. Ist vor lauer Rennen, ne? Jep. Ja. Ja. Irgendwie schon, ne? Malzins, mehr, Malzins, weniger. Mhm. Wenn dafür die Affen nicht so viel sind, ist mir das recht. Hm. Hm. So, das war's. Also, schmeiß mal euer Fleisch raus, ich gehe eben kochen. So, jetzt meine Rotas. Die Hausfrau. Einer muss ja für das wohl. Saft. Sorgen. Schubse. Hubbolla. Daftschubse, Tobi. Hm. Hab ich alles, ja. Bitte? Hab ich alles. Sehr schön. So, ich hoffe, der Ton ist jetzt besser. Von den anderen. Zieh dich an! Zu wem hast du das gesagt? Zu meinem Mann. Kann ja jeder sagen. Oh, Mann. Das war ein Eigentum. Definitiv. Zapis, draußen oder wie die Rüstung? Äh, nö, eigentlich nicht. Ich hab gerade mal einfach nur willkürlich eingesammelt, da. Nö, kein Zweck, ich brauch's nicht mehr, ich hab mal Leder. Wollte nur willkürlich hier mal aufräumen, also... Oh, Mann. Ah, jetzt hab ich auch endlich mal nen Namen fürs nächste Mal, wenn wir irgendwie Treib gründen müssen. Das muss ich mir nur noch merken bis dahin. Ja, was denn? Die Lederzwerge. Ach, den gab's doch schon. Was? Den gab's schon? Ja, den gab's schon in Staffel 1 den Lederzwerg. Echt? Okay, stimmt nicht. Kann man ja nicht jeden Scheiß kennen. Sani, Sani, Sani. Jetzt wissen wir auch, auf was er steht. Ja, auf Lederzwerge. Ganz eng geschnürt. Also so ein Charakter wie Phil hat. Jetzt wissen wir auch, wer der Mann von Phil ist. Ähm, soll ich klopfen? Jo, klopf mal. Sind alle da? Ist der Hut da? Aber mit der flachen Hand, ne? So richtig schön, so. So, ich komm. Oh, ich hab Bilder im Kopf. Das geht gar nicht. Auf dem Weg. Ja, bitte auf, dich zu teilen. Mit dir immer. Mit dir immer. Ich sag nur, je. Rocky will nur meine Fantasien wissen. Behalte die bitte für dich. Von mir aus kann's draufhauen. Hab ich. So. Bei mir sieht es übrigens gerade so aus, als ob ich gleich dazu stoßen könnte. Oh Gott. Dank Beatles. Ich hab nämlich Prime Game Data fertig geladen. Alle auf den Sani. Wenn ihr Weichkeks euch nicht vortraut. Zum Glück gibt es keine Lack- und Latex-Rüstung. Was hab ich denn? Ey, wenn es eine Lack- und Latex-Rüstung geben würde, ne? Gerne. Ich würd nur damit rumlaufen. Matze bekommt Angst, er muss weg. Matze, du musst hierbleiben. Ich würd ihn weiter quälen. So, das war's. Verdammt. Ja. Läuft auch gut. Ja, rückwärts um, rückwärts um, bergab. Matze muss da bleiben. Ja, Matze muss da bleiben. Definitiv. Und nächstes Mal mitmachen. Oh Gott. Da geht er dann ganz in die Hose. Nimm das nicht persönlich, Matze, aber ich weiß, wie du schießt. Naja. Du hast eh nur einen Crossbow. Ja, zum Glück. Treib internen PvP dann aus. Ja, Gott sei Dank. Ich bin auch froh, dass Phil nur einen Crossbow hat. Na, seid froh, dass ich keine dicke Knifte habe, du. Ich hab doch gerade eben... Das geht so oder so daneben. Ich hab gerade eben jemand ohne Schuhe gesehen. Braucht jemand Schuhe. Bleib mal hier stehen kurz. Ja, hau raus, wenn du welche übrig hast. Zack, zack, zack. Brauch ich dann noch ne Hose? Ne Hut? Ich werde jeden fünf Fleisch hier liegen. Danke dir. Also ich weiß ja jetzt nicht, wen er mit Schatz meint. Ich hab so ne dumpfe Vermutung. Der liebe Matze. Aber das würde mich mal interessieren. Ich kann doch nicht das interessieren. Ja. Wie viele XP habt ihr und wie geb ich mir die? Ich, ich, ähm, ähm, wieso denn Angst? 150. Du hast immerhin zwei Frauen. Moment, wer hat zwei Frauen? Ja. Ich hab den Befehl durchzufahren auch da. Also im Moment ist nur eine Frau hier dabei und das bin ich. Okay, ich hab den Befehl gerade nicht. Tobi, du müsst den noch haben, oder? Jo, ich muss sagen, der ist rein. Herrlich. Ich weiß nicht mehr, worum es geht. Danke, Mausi. Ach, Mann, oh. Sehr schön. Ich werde jetzt weinen. Ja. Mach das, nimm dir aber ne Knifte in die Hand und schieß mit. Ich brauch erstmal den, den Befehl, wie... Hier liegt noch Fleisch, Leute. Ja, ja. Kommt, den post der Tobi gerade am Test. Jetzt muss ich mal was hier reinschauen. Hallo? Braucht ihr keiner mehr Fleisch? Die Frage ist, ob Tobi den posten kann. Fällt mir gerade ein. Ich nehm sie erstmal. Was? Was wollt ihr denn machen? Ich hab völlig gefahren. Ihr könnt ja auch einfach sagen, wie ich schreiben muss. Was denn? Feed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-ed-experience. Was? Feed-ed-ed-ed-ed-ed-experience. Und dann Leerzeichen, 150, Leerzeichen. Hat nicht funktioniert. Ah, brauchst 2, 0, äh, Leerzeichen, 0, Leerzeichen, 0. Wenn du noch, ne, treibisch. Okay, die Nummer mit den zwei Frauen hast du im letzten Stream von Koya verpasst. Echt? Da hab ich ja wirklich was interessantes verpasst. Da ist man ein... Ah, jetzt. Da ist man einmal nicht da, dann verpasst man direkt so ne Info. Ja. Verdammte Axt. Das muss man mir später nochmal erklären, Matze. Das interessiert mich jetzt doch. Oder, oder, äh, sag mir mal, an welchem Stream, beziehungsweise, wenn es als Folge hochkommt, in welcher Folge es passiert, dann muss ich es mir nachgucken. Oder kommt es zwischen den Folgen? Oh, Fleisch an, Mann. Ich hab halt kein Essen. Moment. Ja, ich hatte hier ja noch ein Stack übrig. Äh, wo bist du denn? Keine Crafting-Perlen und gar nichts. Halt, den Bleib. Ähm. Ich hab Kopf und Handschuhe übrig, für ihn, in Klopf. Ja. Wo ist denn ein Cookie? Da ist ein Cookie. Dann kriegst du gleich mal ein bisschen Fleisch von mir. Ich war auch ein Schnitzel. Ich hab grad rein, rausgeschnitten. Ja, die hat ja wieder keiner aufgehoben, da. Gelitten, ja. Dann, dann gib mal das rohe Fleisch her. Leiden tue ich öfters, Matze. Und ich darf jetzt wieder nackt rumrennen? Natürlich. Ach, keine Sorge, steht hier. Äh, eben. Wir haben jetzt erstmal noch ne Welle Kompis, danach hast du Perlen. Genau. Darf ich den Knopf drücken? Ja, drück auch ne Knopf hier. Yes. Da ist ein Knopf, da ist auch ne Auf-Troffen. Soll ich nochmal draufdrücken? Ah, schade. Dann musst du es mir halt mal erzählen, Matze. Der Matze hat mich immer noch nicht lieb. Vielleicht machen wir den Kopf rot an und schreiben darüber Useless Button. Wär ich voll für. Alter! Ah, Bett und Kombi sind das. Das sind aber, das sind aber gar nicht so viele, ne? Diesmal. Oder mach ich das nicht? Das ist wirklich random. Das ist random, was ich anbohren. So, das war's auch schon. Willst Cookie wieder kochen gehen? Ja, Cookie muss wieder kochen gehen. Wir haben ja wieder unsere Frauenquote. So. Ihr wisst, dass ihr sexistisch seid. Niemals. Das ist auch überhaupt nicht absichtlich. Ja, ich zieh mich jetzt wieder an. Das habt ihr davon. Äh, Cookie, was brauchst du? Schuhe noch, oder? Habt ihr Trau gemacht. Ja, Schuhe. Boah, da ist der Amarokki traurig. Ähm, ich droppte gleich was. Äh, Klaus. Du kannst es auch, ich kann mir auch nix so welche machen. Gucke, hier liegt was. Muss jetzt erstmal kochen gehen. Vor allem, die, die überhaupt keine Perlen mehr hat, soll kochen. Du brauchst ja doch nur eine. Ich hab keine. Ja, komm, ich schmeiß dir eine hin. Großzügig. Ich höre jetzt nicht mehr. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Das war wirklich nur eine. So. Äh, das war meine. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab nicht gegeben noch. Platz in deinem Boren bei. Wenn die Frau brüllt. Presse. Dann legts nicht drauf an, dass ich brüll. Ich mute dich einfach demnächst. Also irgendwie waren wir bei der vorgehenden Runde, äh, weiter, was die Punkte angeht. Was? Kann sein, ja. Also bei der letzten Mal hatte ich meinen Metallsperr schon bei den Monkeys, die als nächstes kommen. Mhm. Äh, Cookie. Hier, schreib dir, Matze, wieso Cookie? Ich hab den Zusammenhang jetzt nicht im Kopf, aber wieso Cookie? Ja, er hat mich nicht lieb. Kann ich dir auch sagen, warum? Letztes Mal hatte da mehr Kombis oder mehr Dodos, ne? Das kann sein. Er hat mich nicht lieb und Tobi, kann ich dir auch sagen, warum. Das kam gut, das war echt geil. Ja, ich dachte jetzt auch, es kommt irgendwas in der Verbindung, dann kommt andere, äh, ja nicht mehr Kombis. Ja. War gut. War gut. Perfekt. Äh, der wollte, der wollte zwei Fragen auf, auf einmal beantworten. Das ist immer schlecht. Ja, der hat doch auf beide gepasst. Danke. Legt es mal drauf an, dass die Frau lacht, das ist doch viel besser. Ähm, das wollt ihr nicht. Glaubst mir. Außerdem, wenn ihr nicht lieb zu mir seid, also ich hab Essen. Das ist kein Problem, wir schneiden es dir aus den Rippen wieder raus. Genau, wir machen kurz Tribe-intern-PVP an und dann Attacke. Nö, das geht noch viel einfacher. L drücken, rechts, äh, anklicken, ähm, was denn? Äh, was auch. I move member from Tribe, klick. Ja, aber sie hat ja aber immer noch auch noch die Admin-Rechte. Ähm, ja, Wulle, Wulle wollte mitmachen. Und wir, wir haben alle auch Admin-Rechte. Ich hab Essen. Leute, ganz kurz, äh, Sine Wittchen wollte auch mitmachen und Balou eigentlich auch. Das Problem ist, die Sinde ist zeitlich verhindert. Ah ne, der Hippo wollte auch noch mitmachen, von dem hab ich leider nichts gehört. Also ihr wollt nichts zu essen? Äh, doch. Doch, ich komm. Ähm, die Wulle und der Balou, die sind gerade, äh, in Besprechung mit dem Herrn Koya. Die werden wahrscheinlich beim nächsten Stream dabei sein. Aber wie gesagt, die Truppe, die... Aber wer kann ich nicht abgeben? Gut, äh, die Truppe, die unten steht, die ist auch so vorhanden. Bloß, wie gesagt, die werden wahrscheinlich, wir werden wahrscheinlich vollzählig erst im nächsten Stream da sein. Dann wird's ja noch lauter, noch lauter und noch chaotischer. Ja, drück und der Knopf hier. Genau, dann stellen wir dann auf, äh, 0,1 Damage von Spielern. Mh? Das läuft bestimmt super. Ich bleib mal hier oben stehen und guck da zu, ne? Jetzt sterben die Ersten. Monkeys. Haha, die gehen alle auf dich, Samonas. Ich sag mal, ich guck mal von hier oben zu, ist schön. Nee. Doch, find ich schon. Gehen alle auf Cookie. Ja, jetzt, weil ihr alle weggegangen seid. Ihr kleinen Ferkel. Keine Ahnung, das ist viel zu einfaches gerade. Erst ist es zu schwer, jetzt ist es zu einfach. Ja, aber lieber so lieber schwer Schwierigkeiten, wie jetzt Schwierigkeiten. Ja. Man kann ja alles beim nächsten Mal ändern. Ja. Das wär's. Was? Wer von euch hat einen Bogen? Ja, mach's gut, Matze. Ich hab einen Bogen, wieso? Wir machen bis circa 10 Uhr heute. Ich bin rumgefallen. Ich nehm dir mal den Pfeil aus meinem Inventar. Wenn du dann vorher nochmal kommst, ist schön. Wenn nicht, äh, wir... Was ist denn noch so schönes hier drin? schönes bisschen kacke zum reintun ja jetzt wollte ich da gerade vielleicht das inventar tun du bist aufgestanden und ich würde sagen das ist ganz gut für einmal luft holen wie gesagt die internen wissen bescheid ich wollte sie nicht essen